Das ist er, der deutsche Durchschnittsjournalist. Männlich, 45,3 Jahre alt, hat einen akademischen Abschluss, arbeitet Vollzeit im Print- oder Online-Bereich einer Zeitung oder Zeitschrift und fühlt sich oft gestresst. Warum wir das wissen? Das Leibniz-Institut für Medienforschung hat zwischen September 2022 und Februar 2023 über 1200 JournalistInnen in Deutschland befragt, um herauszufinden, wie es eigentlich so läuft im deutschen Journalismus. Die Befragung ist Teil der globalen Forschungsreihe Worlds of Journalism, die an der Uni München geleitet und koordiniert wird. Das Besondere an dieser Befragung ist, dass sie repräsentativ ist. Das heißt, dass mit diesen Daten auf die gesamte Branche geschlossen werden kann. Unser Durchschnittsjournalist ist zwar immer noch männlich, allerdings hat der Frauenanteil in der Branche in den letzten Jahren zugenommen. Seit 2015 stieg er von 40 auf 44 Prozent. Traditionelle Printhäuser sind nach wie vor die wichtigsten Arbeitgeber. Etwas mehr als die Hälfte der deutschen JournalistInnen arbeiten für einen Zeitungs- oder Zeitschriftenverlag. Jeweils 17 Prozent beim Fernsehen und im Hörfunk. Wie unser Durchschnittsjournalist arbeiten fast 90 Prozent der Befragten in Vollzeit. 80 Prozent sind festangestellt. Viele JournalistInnen in Deutschland stehen unter Druck. Jede zweite Person gibt an, in den vergangenen sechs Monaten oft oder sehr oft unter Stress bei der Arbeit gelitten zu haben. Die Mehrheit der Befragten hat in den letzten fünf Jahren zudem erniedrigende oder hasserfüllte Äußerungen erlebt. Rund 62 Prozent haben Erfahrungen mit öffentlicher Diskreditierung ihrer Arbeit gemacht. Wie sehen JournalistInnen in Deutschland ihre Rolle in der Gesellschaft? Zu den wichtigsten Aufgaben gehört für sie, Informationen zu vermitteln, die Menschen zur Meinungsbildung befähigen. Außerdem ist es ihnen sehr wichtig, Desinformation entgegenzuwirken, das aktuelle Geschehen einzuordnen und unparteiisch zu beobachten. Die Standards ihrer Branche halten die JournalistInnen in Deutschland nach wie vor hoch. 98 Prozent der Befragten geben an, unter keinen Umständen Geld von Informationsquellen anzunehmen. Geschenkte Produkte oder Dienstleistungen würden 87 Prozent unter keinen Umständen annehmen. Mehr als drei Viertel der Befragten schätzt die Meinungsfreiheit in Deutschland als sehr oder vollständig frei ein. Als stärkste Einflüsse auf die eigene journalistische Arbeit werden Zeitdruck und Verfügbarkeit von Ressourcen für die Berichterstattung empfunden. Den geringsten Einfluss haben in den Augen der Befragten Regierungsbeamte sowie staatliche Zensur. Wer mehr über die Studie erfahren will, kann diesen QR-Code scannen, der zu einem Arbeitspapier mit diesem und vielen weiteren Ergebnissen führt. Der Link steht auch noch in der Videobeschreibung.